Hallo, willkommen bei Conny Canarias und Spanisch mit Conny. Heute machen wir mal wieder die Uhrzeit. Wie spät ist es? Que hora es? Voll? En punto. Halb? Y media. Viertel nach? Y cuarto. Y cuarto. Fünf nach? Y cinco. Y cinco. Viertel vor? Menos cuarto. Menos cuarto. Zehn vor? Menos diez. Menos diez. Wanzig vor? Menos vente. Menos vente. So, und ein paar Beispiele. Es ist Viertel nach zehn. Son las diez y cuarto. Son las diez y cuarto. Es ist zwanzig nach acht. Son las ocho y vente. Son las ocho y vente. Es ist Viertel vor sieben. Son las siete menos cuarto. Son las siete menos cuarto. Es ist zehn nach zwölf. Son las doce y diez. Son las doce y diez. Es ist Viertel nach neun. Son las nueve y cuarto. Son las nueve y cuarto. Es ist halb elf. Son las once. Perdón, Entschuldigung. Las diez y media. Halb elf. Las diez y media. Es ist zwanzig vor zwölf. Son las doce menos vente. Son las doce menos vente. Es ist Viertel nach fünf. Son las cinco y cuarto. Son las cinco y cuarto. Es ist zwanzig nach drei. Son las tres y vente. Son las tres y vente. Es ist Viertel vor sieben. Son las siete menos cuarto. Son las siete menos cuarto. Es ist halb neun. Son las ocho y media. Son las ocho y media. So, ich denke, das reicht für heute und wir hören uns morgen wieder. Vielen Dank an alle. Hasta mañana. Hasta mañana. Untertitelung des ZDF, 2020